Musik Als Ausgestoßener durchstreift ein Illiger das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illiger etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Er sieht aus wie Tadeus. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illiger alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illiger plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illigers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht... Du! Wir haben eine Nachschung auf, wie man das Kugel-Würsen von Zweit spielen kann. Erstellt man sich am Anfang direkt einen Charakter? Ja. Das ist mein bekannter Staatsbildschirm. Die Kauschspeicher stand hier in der Stadt. Ja. Vorher kannst du dir das ab und packen. Ob du einen Kauschspeicher stand unter. Okay. Kannst du den Charakter ausrufen? Ja. Weil das nicht nur was lustig ist. Und an. Hunde. Ja, wir haben jetzt wieder in Zwiebel 2. Und wir haben ein paar Heroes mit. Ja. Ja. Also, alle. Also, jetzt können wir die Kauschspeicher. Ähm. Der sieht nach dir aus. Der. Der. Ja. 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 Die leg ich dir rein. Ja. 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 zombie-like hier kommt zombie-like ja aus und spiel start da können wir sogar das Tutorial zu zweit spielen cool da sind die ganzen Villager die voll im Pit Kindenfischküste ich weiß im Übrigen schon etwas wo ich glaube wir beide gerne dabei sind bei einer schnellen Wache ja schnell ist immer gut man muss einfach spämen und durchrennen das Dorf brennt das ist ohne Zweifel das Werk des Erz Illagers und seiner Scherben gewesen sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung die Zeit für Helden wie dich ist gekommen beeil dich, die Dorfbewohner brauchen dich die Dorf ja 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 ist Oh mein Gott. Kann ich noch mal rein? Ja, und dann müssen wir hier dann. Und dann müssen wir da. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Ja. Und dann? Und dann? Ja. 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 Wir kommen! Steig! 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 Oh, das war's für heute. Hehehehe! 一次はアプリンアウトと蜂蜜の光があります。 ひま bunlarがたくさんの葉を照らします。 いつも間による女性の様なサバが見たくでしょうか? 私はこれしてるので、みなさんとやってみてください。 まず、高級大学。 ajame nako harteに完璧。 Ja, voll. Ja, da kann man es leichter füllen, die rauszuhauen. Ein Lack. 10, 10, 10, 10. Ja, ja. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Das Lagerfeuer ist noch mal. Aber die Lager ist jetzt lang. Ist ja erst unser Lager auch. AG. Du weißt, während der Aufnahme nicht unsere Rechnung haben. Ja. Ich liebe die Fernsehermarke. Ich liebe die Technikmarke. Ach ja, AG, AG. AG, Live Scout. Ja. 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 Was kann ich mit Angeln machen? Ähm. Das ist praktisch. So fest dann. Und das hier. Die Klintenfischbrüche ist ja der... Das was wir gerade gemacht haben. Dann gehst du in den Pieperreis. Können wir da einfach hinlaufen? äh ja so im übrigen wird hier steuerkreis nach unten kann man eine karte öffnen ja das kann ich gleich mal machen können wir mal gucken aussehen 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 ist auf See bis Auf Geheiß des Erz Illiger sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illiger Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet Finde die Karawane und stoppe die Illiger oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal das sieht nicht so nergig aus dass er gerade rechen ist oder 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 Drei, 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 vier. Schau, 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 schau. Ich habe gar keine. Oh, das ist die Marke. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Der hat auch Kühlung verringert die Abdehnzeit einer Artefakten. Probierend mit jedem verwendeten Heiltrank erzeugst du ein zufälliges Nachwuchsmittel. Ja, aber dann... Ich glaube, es ist auch noch etwas. Ich glaube, es ist schon... Was hab ich gemacht? Äh wie kann ich das werfen? Da ist noch mehr! Oh shit! aaaah ah da 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 d d So viele Creeper. 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 Aber... So... 说 ... ... Ich hattest wie Hey und noch Elgi vorne. Also nenn mich nicht beinahe mein Name. Okay, Elgi. Warte, was? Warum hab ich Leben verloren? Schreib doch in die Kommentare, weil ich den Namen von den beiden weiß. Warte kurz, willst du dir trank, wenn du hier bist? Warte, wir warten. Ja, wir sollten hier warten. Da vorne ist ein Gegner. Zwei Angeln, X. Minecraft aus der Vogelperspektive? Was ist denn da? Kann ich dich angeln? Da ist ein sehr, sehr starker Gegner. Warte, warte, bis die Tränke fertig sind. Ja, damit hier so. Hä? Ich mach ja nicht mal YouTube. Ich mach an sich kein YouTube bei G. Na klasse, du. Na klasse, du. Du bringst mich durcheinander, sei mal. Aber naja, ich kann's ja auch rauskacken, tatsächlich. Ja. Wissen Sie, wissen wir auch schon, wenn bereits mein Name ist. Los, 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 los. Attacke. Ist das geworden? Nein, Anderman. Ich höre an mich. fragen ja warum gehst du auf mich hallo die entwickler die leckte weiter steckten vor kurzem er ich bin die ich habe etwas für mich auf das war kurz vor ich habe irgendwas sie sind besser und meine weiter mit und hier hier ist es nur für dich die Axt das ist natürlich super also auch die hier weitergehen Prozent und die gut durch die Wurst weiter mit dem Leben der Druckerste Ja, ich hab den ganzen Namen gesagt, aber der ist halt zu rasch gekadet. Der LG ist blau, wenn die LG ist. Äh, TETE! Ja, du hast halt schon ID. Okay. Die, äh, so. Ich weiß nicht, dass die noch ein paar Gegner ist. Ja, ich will nicht. Ja, du bist wieder. Ja, du bist wieder. Ja. Jetzt nicht. L.A. L.A. Wie die Stadt L.A.? Ja. Wie kennst du? Bogen, Bogen, Bogen! Du hast nur die Axt, ich hab mit dem Bogen. Ist das ein anderer? Ja, also sind eigentlich die gleichen. Na nein, ist ohne Dashcam. Überladung entschlossen. Ja. Da kann ich jetzt kurz mal Achse aufhören, bevor die Gießburg. Die kann ich nicht fahren. Nee. Das fällt. Weil das, wenn ich jetzt erst mal, damit, 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 damit. Ja, das ist ein Blumen. Ich dachte auch nicht. Das ist keine Blumen, so. Wir sind nur Level 2. Oh. Oh. Ein pro Level dieses. Oh. 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 Wie précise durch. W mag er in Wien works still, nur. Hein. Oh nein, honoriertれisini sich. System, dann wieso? , indem ich nicht gesehen habe in Winger, aber auch tags zu sein. das ist, ob ich nett, sodass ich nicht sicher. ein und den grob ein Mitglied ist ja noch schlimmer Schwer denn vorher war das ist es ist es ein besseres ein schlechteres hier das vorher war 25 ja und zudem um ihr das sieht krass verbrennt das ist besser nimmt nimmt st wollte jetzt die 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 für etwas aufgesammelt und kann die 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 auch schon zu erledigen noch nicht aber ich habe das Mikro ist nämlich neben meinem Kopf aber es ist schwer verständlich ja ich hier Kaffee Effekte aber und liegt dieses Mikro auf dem Tisch doch könnte man ja so kann man aber ein bisschen aber so spielen so hat darf gar nicht so viel schimpft Prozent neun werde ich nicht gehackt dann wird YouTube-Kanal gesperrt nein ich habe neue die ich habe vier Du bist bei Level 4 Da oben siehst du deine Punkte Was mach ich denn? Wer? Was ist der Bogen? Digi-Bogen hat gar nicht äh Fügt dem nächsten Angriff nach den Rollenschlag Linderung 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 Zerstört ihr den Abonnenten Linderung 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 Linderungen Tobi L 類ge Lketens Tobi Landerung Länge L L Brillen Laut Egal wir sind gut mit dem interessante gibt Blut gut vier Abonnenten bekommt er abonniert jetzt ohne ja Wolle gekauft sich nach Hause und und das ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe krank was kriegt etwas zu geben Kienweil die nicht gut er wird doch Prozent kurz vor ja hat dann kann ich an die Doppelakt und auch einige die Angriff kann unverständlich ein weiteres Eingang befolgen, ja, oder? Das ist krass. Natürlich. Halt dein Name. Halt dein... Scheißegal, jetzt ist verpiss dich. Man kann nicht... Ich hab deinen Namen gelegt. Weiß was? Ich lieg meinen Namen. Ich heiße Louis, verpiss dich. Du weißt, ich kann's auch immer rausstatten. Egal. Egal, ich bin ja... Gut, wenn... Wenn ihr... Drop irgendwas. Was? Solange wie ihr meinen Namen sagt und wen von TJ... Wer ist TJ? Ähm... Grundschulelehrer... Klein? Nicht Moos-Fan, Pokemon-Fan... Warte, sag mal, antworten. Tee. Tee. Kenn ich seit der Grundschule. Hä? Ah, oh, ja, ja. Wir werden den Namen nicht lieben. Warte, wir singen hier aber einfach zur Seite. Ich will den Creeper-Töten. Ja, komm mal bitte, bring mir da. Ich geh weiter. Nein, das wollen wir eigentlich nicht. Ach so. Oh, gut. Ja, der... Ich muss mir auch einen Namen richtig überlegen. Seh, kann ich das dagegen sprechen. The demon of the light. The demon. 서 deamen... eion name. Name wird geändert. To the demon... Ja, ok. So kannst du gerne heißen De demon. Hä? Aber du... ら norte mongeot emente... dreht was auch nur ein Lerweller doch dafür kommt her ich zum Beispiel auch wie vor er bleibt er immer auf ich hab was habe ich eine Axt und ein Schwerf soll ich jetzt eigentlich jedes Mal wie dein Name gefallen ist es rauskarten jetzt habe ich alles verwertet ich bin reich äh und jemand wird noch jemals im echten Leben sehen wir müssen Dorfhändler schon kranken wie viel Geld Lea hör auf zu viel zu liegen oder wir kicken nicht hier raus ähm einige ja trotzdem es ist kein Tor du hast gesagt es ist im Nord Apfel wir müssen also kill kill wir müssen eigentlich ja sehr schwer je nachdem glaubst du es kann wir haben hier vor um hat sich die Arbeit nicht so normal erwähnt ja die das Wort hat in 8 P in h P es kann man ja durch hier wenn du was die Kriege haben er kommt damit zu kommen was die Krippe weiter die Anwurzungen und dann gibt es die ein Schwer dabei aber ich kann mich nicht bewegen er hat eine Erkennung die Klappen war so gut auf und führte die Liedern wahrscheinlich auch eingeladen der Mieter die hier es ist auf alle Fälle ein Gnasium die Autorälen Köln sind Träger hinter das ist ein neues Knasium ne gar nicht so viele naja verglichen Deutschland sind schon ein paar jetzt hör auf über unsere Schule zu labern oder wir labern über deine Kindheit das macht nicht mehr Sinn das sind deine jetzt kommt das ist eine Art ja und jetzt kommt hier die der Spinn ach so ich war ein Spinn oh ich bin ich bin Prozent auch wieder sehen ich bin ich bin mal Kiste 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 ich will immer für mich den Namen sagen Ruhig hinzuweitet und was du für mich und so will in 3 hier ist das so und dann nehmen Mido Prozent kannst du so dass es wird rauskappen und halte er das erklärt ja gerne so mussten kurz meiner Schwester reden warum die Hegel hier heißt ich hab mal auch so tun gut sie doch nur Ja, redet die Dorfbewohner. Save the people. Save the people. Save the people. Save the people, stimmt. Save the people. The people. Save the people. Save the people. Meinst du das dennglisch? Dennglisch. Er meint save the people. Die. Er kann kein Englisch. Die sheep. Ja, ich, hier. Ich save two Villager. Ein kleiner Nintendo, was ja wirklich kinderfreundlich ist. Und familienfreundlich allgemein. Irgendein scheiß Magier, den ich wegschneiden möchte. Wir auch feststellen, dass ihr eigentlich lebt. Ich schnetze alle weg. Ich glaub irgendwas aufgesammelt. Das nämlich zum Beispiel so was wie Verrecke. Ist tatsächlich richtig. Familie und kinderfreundlich. Verrecke. Kann man so sagen. Okay, dann lass ich die verrecken. Der Zauberer, der hat irgendwas mit seinen Leuten gemacht. Ja, die hat, ja. Die hat gebufft. Ich zeig dir deine scheiß Drecksbuffs. Da, ich buff dich. Da bist du ja gleich. Ich wurde weggezaubert. Direkt gebufft. Für dich eine Axt. Ich besitze genau eine Rüstung, einen Bogen und zwei Schwärzer. Nein. Ich will den angeln. Angeln. Warte mal. Ich glaube hier ist ja später. Wäre an diesem Ort ein Headshot. Hier bestimmt der Gegenstand. Oh, wen. Aber wichtig. Vorräte nimm deine Vorräte. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Es ist auf jeden Fall auch schwer über 300 Pfeile zu benutzen. das ist james posse mal von dem Wald kensprinke er hätte er sei nicht mehr in Ordnung hier wird man zu kann man sagen weiter dran John Lee der Typ der irgendwo und am Schloss als ob es so eine Generation für einen riesigen Block der Krieger ich habe die Aufnahme beendet deswegen gibt es hier die Folge jetzt gerade auf dem Band kürzer aus als sie eigentlich hier ist das bist du? Upsi ich liebe nämlich deswegen auch hier eigentlich ist die Folge schon über eine halbe Stunde lang ja wir machen so eine One Hour Folge ja ich häng fest scheiß Spinn wie heißt du nochmal auf YouTube? Juppe ich halte nur die jetzt mit damit man die englische Aussprache ein bisschen besser lernt mit hier nach dem J ein Doppel E und nach dem H ein A J warte was? H E warte J E und dann H A Y H A Y also J E H A Y ich werde mir den Part 100 Pro angucken du sagst wie viel in Katz ja willst du dich mal anschauen? ja einfach nur wegen den Katz Upsi safe das ist so weit wie viel das ist gerade wegen meinem Namen da war ich noch was zu dir du sagst ja immer dass du die nicht bekommst du sagst ja immer dass du die nicht bekommst äh ja mein Name der ne die ist schlechter warte die verkaufe ich also ja kauf ich hab wirklich nur zwei Schwerbe das für das was ich gerade hab warte ich gerade elf nur bis ich irgendwie Punkte Punkte bekomme um das zu machen Lea weg vom Mikro und raus aus meinem Gesicht ich hab TNT 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 du schwingst den Fieber mit deinen eigenen Waffen TNT Level aufstieg direkt TNT Level aufstieg geht dann mit eigener Waffe beschlagen haha Apfel schlagen wenn du Krantor und Musik erhältst vorübergehend entschelte wuuuuh eh So, jetzt mal bei mir nochmal nachlettern. Mal sehen, ob ich überhaupt... Deine Feuer-Axt! Ja, meine Feuer-Axt. Okay, nee, wenn du... Was ist? Das wird wahrscheinlich morgen kommen. Ich werd mir das nochmal proben können. Aber jetzt muss ich morgen, ähm... Mehr Rasenmähen. Ja, mehr Rasenmähen. Oh, aufgeladenes Krass. Das ist mehr damage. Auch nicht mehr, wenn ich nicht bin, dass dir man schwer verkauft hätte. Ach komm, verkauft mal, dass dir man schwer verkauft hätte. Die Verzauberten-Digant bringt ein. Und wie? Ich weiß, was ich verkaufen muss. Die war so viel Punkte. Wie die hier. Oder es war sehr gut. Ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft. Ich hab's verkauft. Ich hab's nicht meiner. Ich hab's nicht meiner. Ich hab dein Accounts und nicht meiner. Dreck aufgreifern. Dreck aufgreifern. Na, gut. Anni braucht's zwei Punkte, ich muss auch bis zum Nächsten... Das so Spur für an sich ist natürlich meiner. Mein YouTube. Aber der Typ jetzt meine. Ja, der... Der Guy is mine. Weckenscht! Die Fed wieder verkauft. wobei ein Levy Unterschied über 3 jetzt nichts mehr laut der Karte muss man hier lang das mit der Karte ist eigentlich sehr gut weil Rolle was war Rolle in der Ecke aber Nenna Mordel über Mordel Nürnberg machen nun muss ich euch ab machen um dann das auch in der eine anfang das ist aber auch das wird der gespeichert hier gespeichert aber gucken Reise nach Lager Lager das war eine Katze 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 Nein, das war eine Katze Hortusdorfen schön das ist, lass was kaufen gehen Uh, die Rüstung Uh Diebesrüstung und ihr hättest gerne die Saison das sind wir an der Welt hast genug Geld jetzt noch mal für mich das muss man nachschauen Nee Okay, ich will den ganzen Müll Das war jetzt wirklich ... 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